hier wird er bestimmt noch kommen ja guck mal da ist er doch das war er bestimmt der konnte mich aber auch nicht orten der typ der hat nicht rausgefunden wo ich bin oh gott sei dank hoch das wäre jetzt böse gewesen warte mal was ist jetzt gerade passiert so wen hast du denn geballert hier mein freund ja 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 jack woran hat gelegen ist aber hart am legen der typ da der ist der ist hart den k-typen hier rechts habe ich auf jeden fall gesehen ich glaube der andere wurde hier von der k gekillt das heißt eigentlich dürfte nur noch der typ hier vorn leben oder mir gar nicht mehr so sicher du musst ja theoretisch gar nicht so viel ein oder vorziehen weil es alles relativ nahe ist er noch drin nee da ist nicht mehr drin jetzt könnte der andere ja genau mich schon fast gedacht der versteht das nicht das spiel ok ok der hätte es nicht verstanden so der arme typ am baum ein schuss und vorbei naja klar das wurde heute auch schon zweimal glaube ich eigentlich passiert mir das gar nicht so oft mehr dass ich von einem schuss gekillt werde und ist instant vorbei ohne dass du irgendwas machen kannst aber naja so ist es dann dann das ist das das ist die pubg erfahrung ne man ist hier sehr sehr schnell tot in dem game wenn man nicht richtig spielt beziehungsweise ja gut wenn man nicht richtig spielt war ja auch vorhin unlucky einfach na wo ich den typen da gekillt hat dann hatte ich gelootet und dann habe ich den one shot kassiert ist auch nicht immer so dass das beste du bist noch nicht mal in der zone drin ich bin ich bin du bist du bist ich bin du bist du bist Shit. Wollte man eigentlich seinen Dreierhelm nehmen? Oh! Der ist tot, oder? Ja. Oh! Den habe ich noch mitgenommen. Leben nur noch drei. Oh! Einer. Einer ist noch alive. Der ist leider in der Zone drin. Ich hoffe mal, der hat mich nicht ranlaufen sehen. Oder? Ist er in der Zone drin? Ha. Er weiß aber, glaube ich, dass ich hier bin, weil er sich inszen... Ja, oder? Kommen wir mal, dass die nächste Zone sagt. Nee, er weiß nicht, dass er... Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Ich habe leider keine Nades mehr. Das wird ein bisschen jetzt schwer werden, denke ich mal. Aber vor allen Dingen in third person. Er hat die Zone. Oh, dann machen wir es. Machen wir es einmal so. Oh, okay. Der hat auch nicht viel Deckung genommen, ne? 17 Käse. Was geht hier ab? Der gut. Ich habe mich generations Early. Without denanych, Pentate Korn. Das ist problem, aber super. Bis zum nächsten Mal. Williams du.